Herzlich Willkommen beim Podcast von MECK, dem Museum für Energiegeschichten. Die Geschichte der Straßenbeleuchtung. Die Anfänge. Die ersten Straßenlaternen wurden ab Mitte des 17. Jahrhunderts mit Pflanzenölen oder Talgkerzen gespeist. Zur Verstärkung der Helligkeit waren die meisten Laternen zusätzlich mit Reflektoren ausgestattet. In Hannover gab es eine öffentliche Straßenbeleuchtung ab 1690. Damals waren rund 400 Lichter in den Hauptstraßen verteilt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war die öffentliche Beleuchtung auf die natürlichen Lichtverhältnisse ausgerichtet. Das heißt, die Jahreszeit und der Mondstand bestimmten die Beleuchtungsdauer. Die Schädlichkeit der Straßenbeleuchtung. Auszug aus einem öffentlichen Blatt der Kölnischen Zeitung vom 28. März 1819. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus theologischen Gründen, weil sie als Eingriff in die Ordnung Gottes erscheint. Nach dieser ist die Nacht zur Finsternis eingesetzt, die nur zu gewissen Zeiten vom Mondlicht unterbrochen wird. Dagegen dürfen wir uns nicht auflehnen, den Weltenplan nicht Hofmeistern, die Nacht nicht zum Tage verkehren wollen. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus medizinischen Gründen. Die Öl- und Gasausdünstung wirkt nachhaltig auf die Gesundheit schwachleibiger und zartnerviger Personen und legt auch dadurch zu vielen Krankheiten den Stoff, indem sie den Leuten das nächtliche Verweilen auf den Straßen leichter und bequemer macht und ihnen Schnupfen, Husten und Erkältung auf den Hals zieht. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus philosophisch-moralischen Gründen. Die künstliche Helle verscheucht in den Gemütern das Grauen vor der Finsternis, das die Schwachen von mancher Sünde abhält. Diese Helle macht den Trinker sicher, dass er in Zechstuben bis in die Nacht hinein schwelgt und sie verkuppelt verliebte Paare. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus polizeilichen Gründen. Sie macht die Pferde scheu und die Diebe kühn. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus staatswirtschaftlichen Gründen. Für den Leuchtstoff Öl oder Steinkohlen geht jährlich eine bedeutende Summe ins Ausland, wodurch der Nationalreichtum geschwächt wird. Jede Straßenbeleuchtung sei verwerflich. Aus volkstümlichen Gründen. Öffentliche Feste haben den Zweck, das Nationalgefühl zu erwecken. Illuminationen sind hierzu vorzüglich geschickt. Dieser Eindruck wird aber geschwächt, wenn derselbe durch eine nächtliche Quasi-Illumination abgestumpft wird. Diese allerdings wichtigen Gründe, die unsere Leser vielleicht für Scherz zu nehmen geneigt wären, scheinen an manchen Orten nach dem dortigen Beleuchtungswesen zu schließen, schon ernsthafte Beherzigung gefunden zu haben. Die Straßenbeleuchtung mit Gas 1802 erhielt der aus Deutschland stammende Frederick Albert Windsor das Privileg des englischen Königs Georg III. zur Beleuchtung der Straßen Londons. Windsor setzte sich vehement für die Gasbeleuchtung ein. Seine Idee, Städte unter Verwendung von Rohrleitungen mit Gas zu beleuchten, galt als absurd. Aber es waren derzeit bereits die Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Gas eine Energieart von zentraler Stelle an viele Verbraucher zu leiten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erleuchteten also Gaslaternen erstmals die englischen Straßen. Ab 1825 leuchtete das Gaslicht auch auf dem Kontinent. Hannover bekam schon 1826 die Gasbeleuchtung, was an der Personalunion des Herrscherhauses mit England lag. Die Beleuchtung mit Gas blieb der Stadtbevölkerung vorbehalten. Aufgrund der geringen Abnehmerdichte wäre es zu aufwendig gewesen, die ländlichen Regionen mit Gas zu versorgen. In den Städten zeugten kunstvoll gefertigte Kandelaber von dem Stolz auf die neue Technik. Von der Form her unterschieden sie sich kaum von den alten Öllaternen, nur trat anstelle des Dochtes der Brenner. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brannten in vielen Städten neben Gaslaternen noch Petroleumlampen. Gleichzeitig kündeten Bogenlampen von der neuen elektrifizierten Zeit. Das Gaslicht verschwand aus den Wohnungen und wurde ab den 1920er Jahren fast nur noch zur Straßenbeleuchtung eingesetzt. In Hannover herrschten bis zum Zweiten Weltkrieg Gaslaternen vor, allerdings weniger in der Innenstadt, wo sich schnell das elektrische Licht durchgesetzt hatte. Wie in anderen niedersächsischen Städten wurden einige Straßen noch bis in die 1950er Jahre und darüber hinaus mit Gas beleuchtet. Die elektrische Straßenbeleuchtung Die Straßenbeleuchtung mit Bogenlampen Zuerst erstrahlten Fabrikhallen, Straßen und Plätze im hellen Licht der elektrischen Bogenlampen. Mit der Straßenbeleuchtung begann für alle Menschen sichtbar die neue Zeit der Elektrizität. Und Vögel, so wird behauptet, seien so irritiert vom gleißenden Licht gewesen, dass sie zu ungewohnter Stunde zu singen angefangen haben sollen. Begeistert schilderte der Siemens-Techniker Friedrich von Hefner-Alteneck seinen Eindruck, als er 1877 das erste Mal in Paris die hellen Lampen sah. Man kann in einer solchen Beleuchtung sich wie am Tage bewegen. Man erkennt die Gesichtszüge der auf dem Trottoir der entgegengesetzten Straßenseite sich bewegenden Menschen. In Hannover wurde 1880 zunächst der Bahnhofsplatz mit Bogenlampen von Siemens und Halske ausgestattet. Gleich daneben standen Gasleuchten, deren Licht nun im Vergleich zu dem weißen Licht der Bogenlampen schmutzig-gelb wirkte. Gegenwart und Zukunft der Straßenbeleuchtung Hannover verfügte mit als erste deutsche Stadt über eine Straßenbeleuchtung. Heute ist sie einer der ersten Städte, die nur noch energieeffiziente Leuchtmittel nutzt. Die Lichtausbeute der installierten Natriumdampf-Hochdrucklampen ist etwa doppelt so hoch wie die der Quecksilber-Hochdrucklampen, die Ende 2009 außer Betrieb genommen wurden. Die Entwicklung geht mit den LED-Leuchten mit lichtemittierenden Dioden weiter. Die LED-Technik zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden aus. Zudem kommen bei LED-Leuchten kaum Wartungsarbeiten auf. Sie sind stoß- und vibrationsfest und sie enthalten kein Quecksilber. An der Weiterentwicklung dieser neuen Beleuchtungsmittel wird kontinuierlich gearbeitet. Vielleicht wird es in Zukunft eine Straßenbeleuchtung geben, deren Licht nur bei Bedarf angeht. Hört ihr Leut und lasst euch sagen. Eine Zeitzeugengeschichte. Bevor es Straßenbeleuchtung gab, trugen die Leute abends immer eine Laterne bei sich. In der Laterne brannte eine Kerze. Damals gab es auch noch Nachtwächter, die mit ihren Laternen Nacht für Nacht unterwegs waren. Ihre Aufgabe war es, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Laut schallte ihr Ruf. Hört ihr Leut und lasst euch sagen. Die Uhr hat elf geschlagen. Es kam auch vor, dass jemand ohne Licht unterwegs war und mit einem anderen zusammenstieß, was aber meist mit Gelächter endete, da im Dorf jeder jeden kannte. Später wurden die Straßen mit Gas beleuchtet. Bei Einbruch der Dunkelheit gingen Laternenwärter mit einem langen Stock von Lampe zu Lampe. An der Spitze des Stockes brannte ein kleines Flämmchen. Mit einem Ruck öffnete der Laternenwärter einen Hahn, entzündete das Gas und ging zur nächsten Lampe. Umgekehrt musste er bei Tagesbeginn wieder die Lampen auslöschen. Tagsüber wurden die Scheiben der Lampen gereinigt. Es gab also immer genug zu tun für die Laternenwärter. Das war der Podcast von MEC, dem Museum für Energiegeschichten. Besuchen Sie uns auch auf energiegeschichte.de und die Lampen auslöschen. Die Lampen auslöschen. Der 없습니다. ля Megz FY 2020 Untertitelung des ZDF, 2020